Ja, ihr lieben, ihr lieben schwul-lesbischen, bisexuellen und transkette Jugendlichen, ich drücke euch die Daumen, dass ihr ein wunderbares Coming-out habt. Lasst dich überhaupt nicht von jemandem was sagen. Wenn du nicht bereit bist, dann bist du nicht bereit. Und wenn du bereit bist, dann tue es, wie es dir bequem ist. Lasst dir nicht von den Medien oder von deinem Boss oder deinem besten Freund was sagen. Ich meine, so ist es für mich. Es kann grau sein, es muss nicht schwarz und weiß. Ich wünsche allen Schwulen und Lesben und Bisexuellen, Transsexuellen und so weiter und so fort alles Liebe und vor allem ganz viel Kraft und nie Angst, es zu machen, weil du wirst immer Leute um dich rum haben, die dich unterstützen und scheiß auf die Haters, weil die sind sowieso nichts wert, wenn die das nicht kapieren. Also mach es einfach, sei wie du bist, weil darum geht es einfach.